Super, dass noch so viele da sind, selbst hier oben noch welche. Wir werden es aber jetzt nicht mehr so lange machen, weil ich glaube, wir haben sehr viel diskutiert und gehört. Aber ich glaube, es ist für uns alle so ein Bedürfnis, da nochmal so eine kleine Abschlussrunde zu haben, um die Eindrücke zusammen, ein bisschen die Lernerfahrung, die wir jetzt am heutigen Tag gemacht haben, zu reflektieren. Und der Klaus Ottomeyer, der hat in unserer Arbeitsgruppe sowas Nettes gesagt, das nutze ich jetzt mal. Er hat nämlich gesagt, wir sind die erste interdisziplinäre Konferenz, die sich kritisch mit dem Thema Resilienz im deutschsprachigen Raum auseinandersetzt. Und hier haben wir jetzt einige Vertreter dieser verschiedenen Disziplinen. Und ich würde jetzt so vorschlagen, ich mache eine kleine Fragerunde hier oben, dann machen wir nochmal einen Abschluss, wer vielleicht von hier noch was sagen möchte über seine Eindrücke, wo wir weitermachen können und weiter diskutieren sollten und welche Handlungsoptionen möglicherweise auch da sind. Meine erste Frage wäre, die würde ich jetzt gerne an alle einfach in der Runde stellen, weil ich bin auch schon ganz schön geschafft von der Hitze. Also ist aus der Sicht politisch emanzipativer Ansätze das Resilienzkonzept überhaupt für uns tauglich oder müssen wir, wie Thomas am Anfang gesagt hat, ganz andere Begriffe und Konzepte für uns haben als dieses? Ich fange jetzt mal bei Thomas an, ist das okay? Und wir machen dann hier die Runde. Ich würde sagen, wenn man dort beginnen will, wo die Schüler abzuholen sind, muss man das in dem Fall dann auch tun. Also es gibt so viele, die dieses Konzept überaus schätzen. Ich würde empfehlen, wenn man den Begriff verwendet, ihn strategisch zu benutzen, um von vornherein darauf hin zu zielen, welche Bedingungen brauchen Kinder und Jugendliche, brauchen Erwachsene, um dieses Stück Widerstandsfähigkeit und Bereitschaft zum Widerstand zu lernen und sich anzueignen. Und wenn man über diese Bedingungen und Verhältnisse dann ins Gespräch kommt, dann ist man eigentlich schon an dem Punkt über die emanzipatorischen Ziele, wie müssen sich gesellschaftliche, familiäre, schulische Verwaltungsverhältnisse und so weiter in dieser Gesellschaft ändern, damit Menschen nicht systematisch überfordert werden oder Helden sein müssen, um human zu leben und human mit anderen umzugehen. Ich glaube, in unserer Diskussion in der Gruppe ging es darum, auch zu sagen, dass es natürlich nicht nur darum gehen kann, sich an dem Begriff abzuarbeiten, sondern an dem, was er repräsentiert. Und gleichzeitig dieser Begriff gerade auch und diese Konzepte für Entwicklungsorganisationen, für Hilfswerke sozusagen einlädt, Teil dieser Maschinerie zu werden und insofern auch wichtig ist, sich auch innerhalb des Systems dagegen zu wehren. Gleichzeitig ist es wahrscheinlich auch, wo er uns allen hilfreich war und was auch einige Teilnehmer betont haben, dass er den Blick geöffnet hat für Verhältnisse, für Widerstandsrealitäten, für Überlebensrealitäten, wie in Kontexten im Kongo, im Südsudan, aber auch in Frauen, die sexualisierte Kriegsgewalt erlebt haben, die Stärken und Widerstandskräfte entwickelt haben, die wir wahrnehmen wollten. Und vielleicht können wir diese Widerstandskräfte und diese Initiativen und diese Lebendigkeit, die es immer noch gibt und diese Widerstandskraft auch wahrnehmen, ohne den Resilienzbegriff und trotzdem diesen Blickwinkel beibehalten. Also die Frage ist, gibt es ein emanzipatorisches Konzept hinter der Vorstellung von Resilienz? Okay, nein. Nein. Also die Antwort ist nein und Sie werden das auch noch entdecken und insofern gibt es auch nicht mehr viel zu sagen. Ich denke, die Frage, und wir waren gerade über das in der Diskussion, die Punkt ich war, was es über was, was es geht, was es geht, was es geht, was es geht, was es geht. Und meine Frage ist, dass Leute denken, es ist ein positiver Konzept, weil es geht, 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 und so weiter. Aber die Punkt ist, wir immer hatten, was es geht, also was ihm in der Diskussion sehr wichtig war, war auszudrücken, dass Resilienz etwas erst mal ist, das betrachtet werden muss hinsichtlich seiner Wirkung. Also wie arbeitet dieser Begriff in uns und mit uns? Und er glaubt eben, dass wir uns nicht von diesem Begriff fangen lassen dürfen, weil wenn wir es tun, dann haben wir eigentlich gar nicht mehr die Möglichkeit, politisch zu widerstehen, Widerstand zu leisten und dass wir dazu eigentlich andere Diskurse brauchen und deshalb eben mit diesem Resilienzbegriff sehr vorsichtig und sehr skeptisch und sehr kritisch umgehen sollten. Ja, ich werde den Begriff weiterhin benutzen, jedenfalls in meiner Community von Psychotherapeuten, weil ich Eindruck machen möchte, dort mit und mitreden möchte. Dann werde ich aber immer gleichzeitig sagen, dass es einen ernstzunehmenden britischen Experten gibt, der davor warnt, dass dieser Begriff zur Kriegsvorbereitung und zum Gefügigmachen von den Menschen im Neoliberalismus benutzt wird. So kann man das doch machen. Und man kann auch, so wie am Ende unserer Diskussion der psychoanalytische Kollege gesagt hat, ganz gut über weite Strecken dann den Begriff gar nicht benutzen. Man ist lange auch ohne ausgekommen und hat wichtige Sachen diskutieren können. Also wir dürfen uns da eine Freiheit nehmen und müssen nicht auf jetzt eine neue Norm kommen, jetzt müssen wir den Resilienzbegriff so oder so benutzen, ja oder nein, sondern wir bewegen uns, wir sind in Bewegung gekommen und können kontextabhängig die Bedeutung dieses Begriffs steuern. Jetzt, wir hatten, ja, ich habe noch eine zweite Frage. Wir haben gestern Abend eigentlich gar nicht über Resilienz gesprochen, sondern versucht eine Beschreibung dessen zu liefern, worauf Leute mit dem Resilienzbegriff angepasst werden sollen und hatten aber auch da schon die Debatte, was sind denn Zeichen für eine, also wenn die Resilienz sozusagen dazu dient, Leute anzupassen auf etwas, was sich nicht ändern lässt, also sozusagen kein Gegenentwurf, keine Alternative. Dann gab es sozusagen bei Griechenland so erste Ansätze zu sagen, ja, gucken wir uns die Solidaritätskliniken, gucken wir uns an, was an der Basis passiert, wo Leute versuchen, unabhängig von dem, was sich auf politischer Ebene nicht tut, Alternativen zu entwickeln. Was heißt das jetzt aber aus unserer Debatte heraus, also jetzt versuchen wir es mal unterhalb der Revolution, also vielleicht auf dem Weg zur Revolution. Ich finde es wichtig, dass wir den Begriff einfach mal wieder in den Raum geworfen haben, so wie ja heute auch Kapitalismuskritik wieder erlaubt ist, ist ja vielleicht irgendwann auch der Begriff Revolution wieder möglich, vielleicht andere, mit einer anderen Konnotation, aber vielleicht darunter, was sind denn sozusagen Gegenentwürfe, was wären denn Alternativen zu dem, was wir jetzt als herrschende Ordnung erleben und wie kommen wir da hin, ja, mit unseren Möglichkeiten im Rahmen von Pädagogik, Therapie, politischem Handeln, Entwicklungspolitik. Das ist jetzt eine große Frage, aber vielleicht ein paar kleine Ideen darauf. Jetzt kann ich so kurz bleiben, wie der Kollege aus London, I don't know. Du hättest mal da drüben anfangen sollen. Ich glaube, was wichtig ist, zusammenzudenken, zum einen, dass natürlich soziale Veränderungen nur stattfindet, wenn Menschen sich organisieren, in Bewegung geraten, Widerstand leisten, auch in dem Sinne resilient sich zeigen und agieren und nicht nur Opfer sind. Aber wichtig ist, dass sie das nicht nur tun, um sozusagen in den Verhältnissen irgendwie zu überleben, sondern es auch tun, um diese Verhältnisse zu verändern, um einzuklagen, zum Beispiel Rechte einzuklagen, um öffentliche Versorgungsansprüche einzuklagen, um den Staat sozusagen in seiner Verantwortung wieder zur Rechenschaft zu ziehen, dass wir sozusagen diese beiden Elemente zusammendenken. Und dass natürlich uns bewusst ist, dass es zum Beispiel das Recht auf Gesundheit nicht einfach nur gegeben wird, sondern auch erkämpft werden muss, aber gleichzeitig auch ein Anspruch ist, den die Individuen selbst, denn zum Beispiel jetzt die Ebola-Überlebenden in Sierra Leone, nicht allein selbst organisiert umsetzen können, sondern wo sie auch internationale Ressourcen brauchen, wo sie öffentliche Ressourcen brauchen. Also das zusammenzudenken, glaube ich, und auf diese Weise widerständige Communities, widerständige Personen, widerständige Organisationen zu unterstützen, das wäre für mich eine Alternative. Darf ich dich mal nachfragen, vielleicht als Brücke, du warst ja jetzt lange in Südafrika, vielleicht hast du da etwas erlebt, wo du sagen würdest, die Leute kämpfen nicht nur ums Überleben, sondern sie kämpfen auch um Alternativen. Vielleicht fällt dir einfach ein konkretes Beispiel ein. Ja, ich hatte jetzt mit Community Health Workers zu tun, die in Gemeinden arbeiten, es sind fast nur Frauen, ältere Frauen, die Aids-Kranke zu Hause versorgen, die sozusagen am untersten Ende dieser massiven Aids-Krise sind und die im neoliberalen Kontext outgesourcete Gesundheitsversorgungsdienste leisten für ungefähr 50 bis 100 Euro im Monat. Und das sind Frauen, die selbst oft Aids-Krank sind, vergewaltigt wurden, Armuts in marginalisierten Communities und so weiter, die sich jetzt aber anfangen zu organisieren und dabei nicht nur bessere Arbeitsbedingungen fordern, eine Integration in das staatliche Gesundheitswesen, sondern gleichzeitig sich darüber Gedanken machen, wie eigentlich ein Primary Health Care, ein Basis-Gesundheitssystem in ihren Communities so umgesetzt werden kann, dass die Patienten, dass ihre Nachbarn, dass die Communities eine würdige, eine angemessene, menschenrechtliche Gesundheitsversorgung haben. Und das hat mich wirklich sehr beeindruckt, dass es in dem Fall überhaupt nicht nur um Resilienz geht, im Sinne von, ich muss gucken, wie ich selbst überlebe, wie ich das aushalten kann, sondern diese Frauen arbeiten in absolut ohnmächtigen, hoffnungslosen Kontexten, wovon wir überhaupt gar keine Vorstellung haben. und sie denken über ihre eigene Situation, über ihr eigenes Leben hinaus, hinein in eine gesellschaftliche Perspektive, in eine Alternative. Das fand ich sehr beeindruckend. Und ich glaube, das ist dann im wahrsten Sinne vielleicht eine andere Art von, wo sich auch Gesellschaftsalternativen, wo sich vielleicht auch revolutionäre Ideen sozusagen resilient erhalten, wenn man so will. Und ich glaube, diese Kontexte müsste man unterstützen. Ja, also jetzt ist Herr Marc uns natürlich eine Erklärung zur Revolution schuldig. Also er kann uns nicht einfach hier Revolution reinwerfen und sagen, ja, was heißt es, Revolution unter diesen Bedingungen? Okay, so it's interesting that last night there were many people using the term revolution and this wasn't an object of humour. Whereas today it is. And I wonder why that is. I don't think that's a national thing. I think that may be because it's been put on the agenda in a different kind of way. Also er wundert sich, gestern ist in der Diskussion auch öfters der Begriff Revolution gefallen und es hat nicht für Gelächter gesorgt. Das ist heute anders. Und er fragt sich, warum das so ist. Also was heißt das? Ja, er fragt uns, ob es vielleicht das Lachen der Verzagenden, der desillusionierten ist. Maybe there's another category that we need to consider here which is the category of critique and that we should be trying to set up resilience not against resistance but against critique and ask ourselves what are the resources of critique today now. Vielleicht sollte man Revolution verstehen als permanente Kritik und sollte Resilience gar nicht so sehr in der Auseinandersetzung mit Revolution diskutieren sondern den Begriff der Kritik zurückerobern. Und in particular what are the resources for ideology critique right now? And my sense is if we were serious about ideology critique right now we would start with Resilience and we would treat it as fundamental to I almost wanted to say the German ideology we would treat it as fundamental to ruling class ideology. right now. And that then begs the question not so much what does this mean for resistance it begs the question of how are we or what what concepts are we putting forward what concepts are we developing that might offer an alternative. Also die Frage ist sozusagen wieder zur Ideologie-Kritik zurückzukehren und zu fragen wie sozusagen Ideologie-Kritik uns auch eine Ressource gibt und inwiefern der Begriff der Resilienz die Plattform ist in der wir sozusagen diese Ideologie-Kritische Perspektive auch als Klassen-Ideologie verstehen können und inwiefern wir sozusagen über diese Verschränkung nachdenken sollten. Ich denke you are a very good psychologist also also nicht nur kritischer Theoretiker und Politik Analytiker er hat das psychologisch sehr genau glaube ich wahrgenommen dass gestern ein Teil von uns total gut drauf war als wir Revolution gehört haben also das war und das ist jetzt jetzt können wir es nur noch ironisieren heute und gehen wieder ein Stück zurück und ich ich habe das nicht so ja das ist ja das ist also erstmal ein Stück Thematisierung und dann wieder Detematisierung also da wehren wir etwas ab ja da wehren wir einen Wunsch ab können wir auch ja können wir selber also ein Abwehrvorgang aber nicht ganz abgewehrt irgendwie sind wir ja doch noch dran und interessiert und ich glaube tatsächlich dass der Resilienzbegriff in dieser herrschenden Verwendung in dieser jetzt einflussreichen Verwendung das ist da um das Niederhalten von Revolutionen geht um das Niederhalten von Revolutionen ich meine wir hatten uns wir wollen das eigentlich wir würden uns wünschen wenn irgendwo auf der Welt so etwas stattfinden würde und manche von uns haben sich ja gefreut als der arabische Frühling losbrach eigentlich alle von uns haben sich gefreut man hat so das Gefühl gehabt jetzt geht's los jetzt wehren sie sich ja dann ist das wieder den anderen den Mächten der Reaktion und auch des Patriarchats und auch den westlichen Interventionen zum Opfer gefallen in Tunesien ist noch irgendwas davon übrig hoffe ich wir alle hoffen ja dass es irgendwo noch irgendwo noch ist ja und also ich denke darum geht's und diese Utopie oder dieser Wunsch der wird von anderer Seite niedergehalten wir selber müssen ihn auch domestizieren nicht und ja finde das interessant vielleicht einfach in Ergänzung ich hatte ein kleines Pausengespräch mit einer Teilnehmerin und sie meinte warum ist eigentlich dieser Resilienzbegriff so populär und auch so beliebt und sie sagt er hat irgendwie auch eine richtig psychologische Entlastungsfunktion er ermöglicht uns mit der eigenen Ohrmacht umzugehen man will ihn nicht loslassen man braucht ihn weil er er gibt ein Gefühl ach da gibt's doch etwas da kann man doch was tun so schlimm ist es doch gar nicht so entsetzlich ist es nicht und ich fand das einen interessanten Gedanken Also mir ist es so gegangen dass aber das liegt vielleicht daran dass ich gestern Abend nicht da war bei dem letzten Vortrag richtig aufgeatmet habe und habe gesagt okay man müsste viel öfter und viel öffentlicher wieder von Revolution reden es ist zwar keine revolutionäre Zeit aber vielleicht das offene und offensive reden darüber wie notwendig die ist denn darüber gibt es keinen Zweifel es gibt wie sie möglich sein soll wie notwendig die ist das reden darüber könnte ja ein Stück weit schon ein bisschen befreiend sein das fand ich befreiend und dass einer aus London kommt nach Frankfurt und über politische Ökonomie und kritische Theorie endlich hier wieder redet fand ich auch sehr befreiend das andere was eben auch stimmt wir erleben seit Mitte der 70er Jahre Klassenkampf Klassenkampf systematisch von oben nicht anders kann man das nennen mithilfe des Hebels Massenarbeitslosigkeit wird der Sozialstaat demontiert werden die emanzipatorischen Begriffe umgedeutet wir haben das alle erlebt ich brauche das nicht wiederholen und vor diesem Hintergrund würde ich mir gerne wünschen ich könnte meine Fantasie hinreichend mobilisieren um zu überlegen wie kann man eigentlich mal den Klassenkampf von unten mobilisieren der Heinrich Mann hat in den 20er Jahren gesagt Klassenkampf haben immer nur die Herrschenden gelernt und die haben es gelernt ich wünsche mir das offene Reden über Revolution könnte vielleicht ein bisschen dazu beitragen einmal wieder die Herrschenden zum Zittern zu bringen wäre ja schon was das haben wir erlebt in den 60er Jahren was höchste Zeit ich weiß nicht ob es von Ihnen aus dazu noch den Wunsch gibt etwas zu sagen dann möchte ich Ihnen die Möglichkeit geben ich bin aber auch nicht böse wenn Sie sagen es ist okay denn dann würde ich jetzt ja okay das passt vielleicht nicht so ganz dazu aber ja vielleicht ist es aber eine nächste Aufgabe Resilienzbegriff haben wir glaube ich erledigt jetzt aber es kommen ja Aufgaben auf uns zu und da habe ich etwas gedacht bei dem Bericht von der von der Usche Merck aus Südafrika diese Frauen die das schaffen die unheimlich schwere Arbeit zu machen da würde ich mal annehmen obwohl ich das nicht aus der Nähe kenne dass die religiös sind sind sie das die sind doch alle christlich oder sind sie das sind sie nicht so ich kenne eigentlich nur Leute aus Afrika die ganz religiös sind aber es ist eine zu kleine Stichprobe okay aber was ich sagen wollte ist das Thema Religion die Religion stellt ja Religiosität wird auch immer aufgeführt als Resilienzfaktor in allen Listen Spiritualität Religion man kann es schon nicht mehr hören aber die Religiosität ist tatsächlich ein ambivalenter Resilienzfaktor sie gibt Kraft unheimlich viel Kraft vielen Leuten und sie benennt oftmals die Ursachen ungenau rührt nicht wirklich an die Machtverhältnisse und überall in der Welt haben wir einen Boom des Neo-Fundamentalismus eine neue Religiosität die teilweise sehr patriarchalisch auch wieder ist also diese und alle also ich finde die Religion ist ein ambivalenter Resilienzfaktor den man diskutieren muss überall auf dem Vormarsch wieder parallel zur Aufklärung und so Ich wollte nicht die Religion hier im Raum stehen lassen auch wenn wir hier im Haus am Dom sind als die Kraft aus der wir dann uns mobilisieren können und dass uns danach besser geht man kann das ja auch so sehen dass die Religion oft als eine Betäubungspille genommen wird ich denke es ist viel eher der Fall dass wir Kraft aus der Gemeinschaft ziehen können also was zum Beispiel die Frauen die sind ja dann in der Gemeinschaft was da der Fall ist und ich meine ich kenne mich in Therapien nicht so gut aus aber ich meine anonyme Alkoholiker und Peer-to-Peer Therapien wo dann auch damit eine Rolle spielt wie bist du damit umgegangen und das findet ja dann auch wieder im System statt finde ich da wesentlich erfolgsversprechender also in kleinen Gemeinschaften sich sozusagen von unten den Widerstand organisieren ich würde jetzt trotzdem vorschlagen wir machen den Sack zu also wir haben ja die Resilienz erledigt wir haben wenigstens mal das Wort Revolution nochmal in den Mund genommen und ein bisschen ausprobiert wie das schmeckt mit aller Ratlosigkeit was das dann für uns konkret heißt ich habe ein wunderbares Buch wo ich immer jetzt reingucke das ist Achille Mbembe Kritik der schwarzen Vernunft da habe ich mir für so ein Schlusswort aufgeschrieben der schreibt der Kampf ist schon eine Befreiungspraxis und die kritische Auseinandersetzung schon der Beginn eines anderen Handelns auch in der täglichen Praxis das ist das was wir heute hier auch gemacht haben ich möchte das Haus am Dom verteidigen weil es ist hier ein Ort wo wir wirklich kritisches Denken täglich Lernen machen können und wir haben eine ganz enge als säkulare Organisation explizit säkulare enge Zusammenarbeit mit dem Haus am Dom ich hatte eigentlich auch gedacht ich nutze die Gelegenheit und weise sie darauf hin in wenigen Wochen oder Tagen Thomas muss mir erklären kriegen wir die päpstliche Enzyklika die soll laut der Zeit antikapitalistisch werden geschrieben von Leonardo Boff dem einst geschahsten Befreiungstheologen und antikonsumistisch also es gibt durchaus vielleicht doch auch etwas weil sie noch die Transzendenz retten die Utopie doch noch haben wo wir vielleicht gemeinsam arbeiten dass wir nämlich an eine Alternative arbeiten wollen da habe ich auch immer das Gefühl dass das Haus am Dom mit seinen kritischen Theologen da ganz dabei ist dass wir doch nicht nur uns abfinden wollen mit dem was ist und uns resilient darauf stärken sondern dass wir über die Alternativen nachdenken und das ist eine Gemeinsamkeit und ich danke ihnen dass sie da waren am jetzt helft mir am 21. wann ist die Veranstaltung zu Griechenland weil der Zettel lag hier über 17. Juni wurde ich darum gebeten nochmal darauf hinzuweisen gibt es eine Veranstaltung zu Griechenland zu dem Versuch tatsächlich einer anderen Praxis ihr habt ihr habt alle auf den Stühlen gehabt und ein Versuch Solidarität hier zu zeigen und ich wünsche allen dass sie gut nach Hause kommen vielen Dank vielen Dank allen Helfern allen Übersetzern die schon weg sind und den beteiligten die schon haben und den den en die 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 Vielen Dank.